Ein Missionar in Afrika wird eines Tages bei einem Spaziergang im Dschungel von einem Löwen angefallen. Der Missionar gibt Fersengeld und rennt und rennt und rennt um sein Leben. Der Löwe verfolgt ihn und kommt nach und nach immer näher. Im letzten Moment, der Löwe holt schon zum alles entscheidenden Sprung aus, bremst der Missionar ab, kniet nieder und schickt ein Stoßgebet zum Himmel. O Herr, bekehre diesen Löwen! Der Löwe bremst mitten im Sprung ab, kniet neben dem Missionar nieder, faltet die Hände ebenfalls zum Gebet. Schweißgebadet steht der Missionar auf, lehnt sich erleichtert an den nächsten Baum und lauscht dann dem Gebet des Löwen. Komm, Herr Jesu, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen.